Herzlich willkommen hier bei unserer Vortragsreihe Überwinder, wenn Gott dein Leben prägt. Wir haben bisher eine spannende Vortragsreihe gehabt mit Themen, die uns zum Nachdenken gebracht haben. Das Leben anderer Menschen aus der Bibel, die uns zum Vorbild gegeben worden sind. Die Offenbarung spricht, dass am Ende der Zeit es Menschen gibt, die überwinden werden. In Momenten der Versuchung, in Momenten ihres eigenes Lebens, weil sie in Jesus Christus sind. In Jesus Christus sind wir mehr als Überwinder. Und wenn Gott dein Leben prägt, so kann er dir helfen, diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen. Komme, was wolle. Die Offenbarung spricht darüber, dass es unterschiedliche Stämme gibt, aus denen die Gläubigen am Ende der Zeit symbolisch erlöst bzw. versiegelt werden. Diese Stämme, die in Offenbarung 7 erwähnt werden, haben eine Bedeutung auch für unsere Zeit. Es sind die Charaktereigenschaften von den Söhnen von Jakob und von ihren Völkern, die auch uns heute etwas sagen wollen. Wir hatten das letzte Mal über den Stamm Dan nachgedacht. Denn dieser Stamm Dan erscheint nicht in der Liste von Offenbarung 7. Das ist deshalb bemerkenswert, weil wenn wir uns das Leben von diesem Stamm anschauen, merken, dass obwohl er eine besondere Berufung als Richter im Volk Israel hatte, er dieser Berufung letzten Endes nicht ganz nachgekommen ist. Und zwar im Gegenteil. Er hatte sich vielmehr von Gott abgewandt und wurde später von Gott selbst gerichtet. Es war der Götzendienst, der Dan und auch Ephraim zum Abfall brachte. Und vor allem der Moment, in dem sie nicht mehr auf Gottes Wort gehört haben. Die Offenbarung bezeichnet etwas Ähnliches. In Kapitel 14 hatten wir gesehen, dass diese Gruppe der 144.000 sich nicht befleckt hat mit Frauen. Ein Symbol für falsche Lehren, für ein falsches religiöses System. Mit anderen Worten, der Grund, warum Wuldan und auch Ephraim nicht mit dabei sind in dieser Liste ist, weil sie gerichtet worden sind von Gott, weil sie Gott den Rücken zugekehrt haben und weil sie sich befleckt haben mit einem falschen religiösen Denken. Was in Offenbarung 13 ja auch hervorgehoben wird. Die falsche Anbetung. Im Kontrast dazu steht nun das Beispiel der Überwinder. Und diese Familie von Jakob, wo manche meinen würden, wie könnte denn aus dieser Familie ein gutes Beispiel zu entnehmen sein, zeigt uns, dass Gott nicht den vollkommenen Menschen hernimmt, sondern Gott sucht den Schwächsten, um in dieser Schwäche seine Herrlichkeit zu zeigen. Wir hatten bei Paulus mal einen Bibeltext gelesen. Ich möchte ihn gerne noch einmal erwähnen. Paulus schreibt in seinem ersten Korintherbrief, Die Familie von Jakob war tatsächlich nicht die Vorzeigefamilie, wie wir sie uns vorgestellt hätten. Aber gerade da im Schwächsten kann Gott etwas tun, nämlich den Charakter verändern. Und auch gerade da in dieser Familie, wo so viel Neid und Hass und Zorn und Zwietracht und auch schändliche Dinge geschehen sind, genau dort hat Gott angefangen, um zu zeigen, zu was er in der Lage ist. Dass wenn er das Leben eines Menschen prägt, egal wie die Vergangenheit dieses Menschen ist, dass es möglich ist, dass ein solcher ein Überwinder wird. Nun, Gott veränderte den Charakter der Söhne Jakobs und auch im Leben der Stämme veränderte er viel. Sie wurden von ihm geprägt. Aber es gibt einen Sohn von Jakob, der anders ist. Es gibt einen Sohn, der in demselben Umfeld aufgewachsen ist, aber der es gelernt hatte, sich von Gott prägen zu lassen, dessen Charakter rein war und heilig war. Und wir wollen uns das Leben dieses eines Sohnes heute genauer anschauen. Wir lesen dazu im ersten Buch Mose, Kapitel 30. Gott gedachte aber an Rahel und er hörte sie und machte sie fruchtbar. Da ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie nannte ihn Josef und sprach, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazugeben. Gott gedachte an Rahel. Es ist so eine Aussage, wie wir sie auch bei Noah und auch bei Abraham finden. Gott gedachte an Noah, als gerade die Sintflut gekommen war, dass er Noah wieder aufs Festland brachte. Gott gedachte an Abraham, um ihn zu erlösen. In solchen Momenten, wo Gott sich an sein Volk erinnert, kann Großes passieren. Da ist etwas am Gange und Rahel erfährt Erlösung. Sie erfährt ein tatsächliches Wunder. Sieben Jahre waren bereits vergangen, seit ihrer Eheschließung mit Jakob, dass sie kein Kind bekommen konnte. Und sie hatte es schon fast aufgegeben, bis das Gott dieses Wunder tat. Josef war tatsächlich eine Gebetserhöhung. Und in seinem Namen steckt auch diese Bedeutung drinne. Gott fügt hinzu. Gott möchte hinzufügen, das, was er für richtig hält. Gerade da, wo es für Menschen nicht möglich ist, weil Rahel konnte kein Kind bekommen, ist für Gott nichts unmöglich. Wenn Gott etwas hinzufügt und auch dein Leben prägt und dir einen Charakter gibt, dann ist es deshalb, weil er Interesse an dir hat, weil er dich liebt. Weil Gott dich annimmt, so wie du bist, aber dich nicht dort stehen lassen möchte, sondern in deinem Leben eine Veränderung bringen möchte. Die Geschichte von Josef geht nun ein wenig weiter. Wie hat sich wohl sein Charakter entwickelt? Was war mit diesem jungen Mann, der dort aufwuchs inmitten seiner Brüder? Wir lesen dazu einen Bericht aus 1. Mose 37. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Josef war mit seinen Brüdern unterwegs, aber irgendwie konnte er nicht mit ihnen mitgehen. In dem, was sie taten, sah er einen Anstoß für sich und er konnte nicht mitmachen. Ganz im Gegenteil, dieser Jugendliche sagte es eher seinem Vater, wenn etwas Übles von seinen Brüdern zu hören war. Das hatte natürlich Konsequenzen und auch Folgen für den Jungen. Gerade ihn mochte Jakob so sehr, weil er der Erstgeborene von seiner geliebten Rahel war. Aber das hatte Konsequenzen. Es heißt in der Bibel, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Josef war dieser geliebte Sohn. Er bekam einen bunten Mantel und das führte dazu, dass natürlich die Brüder umso neidischer wurden. Man sieht später auch im Leben von Josef, dass er ein besonderes Erbe bekommt, nämlich das doppelte Erbe für seine Söhne, Ephraim und Manasseh. Das hing damit zusammen, dass Ruben als Erstgeborener sein Erstgeburtsrecht verspielt hatte. Und dieses Erstgeburtsrecht kam dann auch auf Josef. In dieser Situation steigerte sich das Ganze. Es war nicht nur so, dass Jakob Josef so sehr lieb hatte, sondern dass eines Tages Josef auch Träume hatte. Und in diesem ersten Traum, den er hatte, sah er, wie er mit seinen Brüdern da war und sie ihre Gaben einsammelten. Und seine Gabe stellte sich auf und die Gaben seiner elf Brüder, die neigten sich vor seiner Gabe. Und so jung wie er war, sagte er es dann natürlich auch noch seinen Brüdern. Die Brüder erkannten sofort, worum es ging. Sie verstanden den Traum und sagten zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Und sie waren ziemlich erbost. Kurz darauf träumte es Josef ein zweites Mal. Und in diesem zweiten Traum sah er, wie sich elf Sterne vor ihm beugten und auch Sonne und Mond. Das sagte er dann in der Gegenwart seiner ganzen Familie. Und sein Vater wies ihn zurecht und sagte, was willst du uns damit sagen? Dass wir etwa deine Knechte werden? Und Jakob behielt diesen Traum in seinem Herzen. Er merkte, dass Josef ein besonderer Junge war. Er hatte ihn sehr lieb, aber merkte auch, dass Gott auf besondere Art und Weise zu ihm sprach. Das sollte sich im Leben von Josef auch weiterhin noch so zeigen. Eines Tages schickte Jakob den Josef hin zu seinen Brüdern. Die Brüder waren gerade weit weg, ungefähr 50 Kilometer von dem Ort, wo sie sonst zu Hause waren. Sie weideten die Tiere und Josef sollte ihnen Essen bringen. Als er nun unterwegs war, die lange Strecke, fragte er auf dem Weg, wo denn seine Brüder seien. Und er kam ihnen entgegen und da sahen sie ihn von fern. Hey, hier kommt der Träumer. Was machen wir mit ihm? Und sie planten einen Anschlag, um ihn zu töten. Sie wollten ihn einfach loswerden. Die Geschichte haben wir schon des Öfteren gehört in dieser Vortragsreihe. Sie entschlossen sich am Ende, ihn einfach in eine Grube zu werfen. Und als er dort in der Grube war und sie gerade das Essen aßen, was er ihnen brachte, sagten sie sich, was machen wir nun? Da kam eine Karawane von den Ismailitern vorbei. Wir verkaufen ihn einfach an die Ismailiter. Und dann haben wir kein Problem mehr mit ihm. Und so taten sie es. Das Erstaunliche ist, dass wenn wir das Leben von Josef uns genauer anschauen und hier bei dieser Geschichte vielleicht eine kurze Pause machen, dass sein Wesen und auch sein Charakter anders war als der Charakter seiner Brüder. Der Charakter von Josef ähnelt viel mehr dem Beispiel, dem er nachfolgte. Wenn wir einen Vergleich machen von dem Wesen, dem Leben von Josef und dem Leben von Jesus, erkennen wir deutliche Parallelen. Das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Es war nämlich der Neid der Brüder Josefs, dass er nicht König über sie werden sollte, weil das in seinem Traum angedeutet war, dass sie ihn letztendlich verkauften. Aber in dem, was sie taten, erfüllten sie letztendlich das, was sie versuchten zu verhindern. Bei Jesus geschah es genauso. Die Juden waren neidisch auf ihn und sie wollten nicht, dass er König über sie werden würde. Und was taten sie? Sie kreuzigten ihn. Aber genau deswegen, dadurch, dass er gekreuzigt wurde und auferstand, wurde er König der Könige. Josef war in Knechtschaft in Ägypten und er wurde dort von seiner Familie hingebracht. Aber aus Ägypten heraus errettete er später seine eigene Familie und gab seinen Brüdern dafür aber keine Schuld. Etwas Ähnliches sehen wir bei Jesus. Jesus wurde auch fälschlicherweise angeklagt. Es waren falsche Zeugen, die gegen ihn aussagten. Aber die Schuld hatte er nicht. Vielmehr war sein reines Leben ein Anstoß für die Juden und für die Bevölkerung. Genauso war es auch bei Josef. Seine Reinheit des Charakters war ein Anstoß für seine Brüder. Josef wurde als Sklave verkauft durch seine Brüder. Und genauso geschah es auch mit Jesus. Er wurde zu einem Sklavenpreis verkauft. Nicht von seinen Feinden, sondern von einem seiner eigenen Jüngern. Und so sehen wir, dass Josef in allen seinen Wegen gerecht war. Auch Jesus war in seinen Wegen gerecht. Josef hatte seinen Brüdern vergeben. Jesus hatte auch vergeben. Nicht nur seinen Freunden, nicht nur seinen Feinden, sondern Jesus vergibt jedem Menschen, allen, die zu ihm kommen. Es mag viele Beispiele in der Bibel geben, die eher negativ sind. Aber es gibt manche Beispiele und es sind nur wenige, die durch und durch positiv sind. Und so ist Josef eins dieser Beispiele. Man könnte sich an dieser Stelle fragen, hatte Josef irgendeinen Vorteil? Nein, hatte er nicht. Denn er wuchs in genau der gleichen Familie auf, wie all die anderen Brüder auch. Es war das gleiche Umfeld. Es war ein verderblicher Einfluss für ihn. Aber er hatte gelernt, treu zu sein zu Gott. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Diese Frage stellt man auch damals zur Zeit Jesu. Kann aus der Familie Jakobs etwas Gutes kommen? Kann aus deiner Familie etwas Gutes kommen? Oder geschweige denn aus deinem eigenen Leben oder meinem Leben? Und die Botschaft der Bibel sagt, ja, es ist möglich. Durch Gottes Gnade kann auch aus deinem Leben und aus meinem Leben etwas Gutes hervorkommen. Gott kann die Tragödien deines Lebens umwandeln. Das hatte er im Leben von Josef gezeigt. Josef stand nun an einem ganz entscheidenden Punkt. Er wurde verkauft. Er hatte Angst über die Zukunft. Was wird kommen? Er wusste es nicht. Allein die Vorstellung, wenn meine Brüder schon in der Lage dazu sind, mich zu verkaufen, und mir solch Schlimmes anzutun, was wird mir dann in Ägypten geschehen? Und ich versuche mich hineinzuversetzen in die Situation von diesem Jugendlichen. 17 Jahre alt, verkauft, auf einem Weg hin, wo er nicht weiß, wie sein Leben enden wird. Genau auf diesem Ritt in der Wüste hatte Gott sein Leben im Herzen getroffen. Und Josef lernte in kürzester Zeit etwas, wofür manche Menschen ein ganzes Leben brauchen. Josef lernte in dieser Wüstenzeit, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für Gott. Und er traf diese Entscheidung, bevor die großen Krisen dann in Ägypten auf ihn kamen. Bevor die Emotionen kommen. Gibt uns Josef das Beispiel, trifft die Entscheidung für den Herrn jetzt. Josef hatte es gelernt, sein Leben in die Hand Gottes zu legen. Diese Elektion sollte ihn weiterhin begleiten, auch in Ägypten. Er hatte es gelernt, sich von Gott zu prägen und Nein zu der Sünde zu sagen. Wir wollen uns das genauer anschauen. In dem Moment, wo er dann in Ägypten war, wurde er herausgefordert in seinem Wesen. Die Feuerprobe kam auf ihn zu. Und das Umfeld war so weit weg von seiner eigenen Familie, dass man meinen könnte, gut, jetzt ist er ja weit weg. Jetzt könnte man machen, was man will. Viele junge Menschen oder auch wir selber reagieren des Öfteren anders, gerade dann, wenn uns die Leute nicht kennen. Es ist manchmal so leicht, Christ zu sein in seiner eigenen christlichen Gemeinde oder vielleicht in seiner Familie oder sich von seiner besten Seite zu zeigen. Aber gerade da, wo Menschen nicht wissen, dass wir Christen sind, wie wird sich dann mein Leben wenden? Wie werde ich reagieren? Und da möchte Gott uns durch Josef ein bemerkenswertes Beispiel geben. Es kommt zu dieser Feuerprobe. Er lebt am Hause Potiphas. Er arbeitet für ihn. Er ist ein treuer Mitarbeiter und Potiphar hält ihn in Ehren. Aber die Frau von Potiphar, die hat es auf ihn abgesehen. Sie hatte ihn schon mehrere Tage bedrängt, dass er sich zu ihr legen möge. Innerlich sträubte es ihn. Er hatte gesagt, wie soll ich so etwas tun? Aber es kam ein Tag, an dem er allein im Haus war. Und da kam sie wieder und bedrängte ihn. Die Versuchung war so groß. In diesem Moment merken wir, dass Josef in seiner Entscheidung, die er damals schon in der Wüste traf, sich als erstes an Gott wandte. Josef dachte zuerst an Gott, als dieser Moment kam. Josef war grundsatztreu. Und wir sehen, dass dieser Moment ihn aus dieser Situation herausgerettet hatte. Heute denkt man manchmal, wenn eine Versuchung auf einen kommt, man kann nichts dafür. Wie bei Josef. Ich konnte nichts dafür, denn die Umstände haben mich gezwungen. Und manche sagen, ich bin Mann, was soll ich also tun? War Josef etwa kein Mann, als Potiphas Frau ihn bedrängt hatte? Die Versuchung ist nie zu groß, dass wir sie nicht aushalten könnten. Sonst wäre es ja nicht mehr unsere Schuld, für die wir schuldig wären. Paulus spricht über genau dieses Thema in seinem ersten Korintherbrief. Wir lesen. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende, einen Ausgang nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Es gibt einen Ausweg, sagt Paulus. Die Versuchung ist nicht etwas, was dich so sehr übermannt, dass du hilflos dastehst. Die Bibel macht uns darauf aufmerksam, einmal durch die Feder von Paulus und auch durch das Leben von Josef, dass wenn Gott in deinem Herzen lebt und wenn du die Treue zu ihm hältst und du dich von ihm prägen lässt, dass dieser Schritt nicht notwendig sein muss, sondern dass du den Ausweg nehmen kannst. Gott hat alles dafür bereitgestellt. Wenn ein Mensch sündigt, dann sündigt er, weil er es will, weil er es möchte, aber nicht, weil er es muss. Das sagt uns dieser Bibeltext. Natürlich gibt es Momente, wo wir nicht wissen, dass wir einen Fehler begangen haben. Und der Herr sagt, über diese Zeit hat Gott hinweggeschaut. Aber gerade dann, wenn wir es erkennen, lasst uns vielmehr es bekennen und vor der Sünde fliehen. Das Beispiel, was wir jetzt hier bei Paulus und auch bei Josef finden, wird bekräftigt mit dem Gedanken, den Josef in diesem Moment hatte. Natürlich war es ein Kampf, aber wir sehen, dass Josef den Ausweg wählte. In dem Moment der Versuchung wählte er den sicheren Weg mit Gott. Und wir erkennen jetzt in dem nächsten Bibeltext, was ihn bewegt hatte in einer solchen Versuchung. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Das Prinzip von Josef war, wie sollte ich ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josef blieb seinem Herrn treu und Gott hatte in seinem Herzen etwas entstehen lassen, was ihn Stärke und Charakterfestigkeit gegeben hatte. Und wenn es bei Josef möglich war, dann ist es durch Gottes Gnade auch bei dir und bei mir möglich. Genau an dieser Stelle möchte Gott uns auffordern. Er möchte, dass wir auf seine Stimme hören. Gott kennt jeden Moment unseres Lebens. Er sieht selbst in die dunkelste Kammer. Er weiß, was unsere Gedanken und Motive sind. Aber hier zeigt er durch Josef, wozu Gott in der Lage ist, was Gott in einem Menschen machen kann, der sich von Gott prägen lässt. Wenn Jesus Christus dein Leben erfüllt, kannst du ein lebendiger Beweis dafür sein, wozu Gott in der Lage ist. Manche Menschen sagen heute, es ist überhaupt nicht möglich, auf Gottes Worte zu hören und nach seinen Worten zu leben. Sie sagen es so, es ist gar nicht möglich, nach Gottes Gesetz zu leben. Das Beispiel von Josef zeigt uns allerdings was anderes. Es gibt bei dieser Ansicht zwei Aussagen und ich glaube, dass beide falsch sind. Manche Menschen sagen, es ist unmöglich, das Gesetz des Herrn zu halten. Es wird nie möglich sein. Andere sagen, ich bin perfekt. Ich habe es erreicht. Beide Ansichten sind fatal. Es sind Extreme. Bei der einen, wo man sagt, niemand kann Gottes Gesetz halten, verneint man die Vollmacht Gottes in dieser liebevollen Beziehung zwischen den Menschen und ihm. In der anderen merkt man, dass ein Mensch, der sagt, ich bin perfekt, ich habe es erreicht, ständig darauf schaut, habe ich es geschafft. Es ist eine Art trügerische Selbstbeschauung. Auch diese Ansicht hilft nicht weiter, sondern ist verderblich. Paulus sagte in seinem Hebräerbrief folgende Worte. Jagd dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich möchte es mit folgenden Worten ausdrücken. Es ist der Weg zu Christus und es ist der Weg mit Christus. Frieden und Heiligung, sagt die Bibel. Frieden, wenn wir zu Christus finden und unser altes Leben abgelegt wird und Gott etwas Neues macht. Und Heiligung, sprich eine Charakterveränderung, dass Gott dein Leben prägt, ist der Weg mit Christus. Denn Gott möchte dich ja nicht erlösen in deinen Sünden, sondern Gott möchte dich erlösen von deinen Sünden. Und Erlösung bedeutet diese beiden Dinge. Es bedeutet einmal die Rettung von deinen Sünden und die Vollmacht, mit Gott zu wandeln. Erlösung bedeutet nämlich, denn Erlösung bedeutet die Rettung von deinen Sünden und die Vollmacht Gottes, damit du in diesem Weg auch wandelst und dass dein Charakter dem Charakter Jesu ähnlicher wird. Im Brief von Judas lesen wir eine ähnliche Aussage. Das, was Judas sagt, ist, dass Gott dein Leben so sehr prägen möchte, dass er nicht nur deine Sünden vergeben will, sondern dass er dich auch reinigt und dass er dir alle Vollmacht gibt. Denn Jesus Christus ist gerade dafür in diese Welt gekommen. Es ist wie ein Bild, was man sich vorstellen kann, wenn ein Schiff auf hoher See einen Schaden erleidet hat. Wir könnten vielleicht ein Bild hernehmen, was uns das ein bisschen genauer illustriert. Es ist wie ein Schiff, das auf hoher See ist, einen Schaden hat, einen Leck hat und es soll zurückgebracht werden in den Hafen. Und so ist Erlösung. Erlösung bringt dieses kaputte Schiff zurück in den Hafen, damit es sicher ist. Aber es bleibt nicht dort. Es soll ja wieder raus. Erlösung möchte auch, dass dieses Schiff wieder repariert wird und wieder tauglich wird, dass es auf dem Meeren fahren kann. Und so sagt auch Jesus im Evangelium von Johannes, dass wenn wir in ihm bleiben, etwas Großes geschehen kann. Er sagt, er bleibt in mir und ich in euch. So werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Dass Gott dein Leben prägt, das ist ein Prozess. Die Bibel nennt das auch Heiligung. Heiligung ist etwas, was zwar andauert. In dem Moment, wo du Jesus dein Leben anvertraust, fängt es an. Aber es wird dein Leben lang. Das Erstaunliche ist, dass die Bibel allerdings Heiligung auch versteht als ein vollendetes Werk. Es ist beides. Es ist der Weg, aber es ist auch dieser Zustand. Das sehen wir zum Beispiel an dem Brief für die Korinther. Paulus nennt die Korinther die Heiligen in Korinth. Obwohl sie auf dem Weg waren, von Gott geprägt zu werden. Man könnte sagen, auf dem Weg hin. Ein Prozess, der ständig andauert. Und nur weil man auf diesem Weg ist, kann man ja nicht sagen, dass es unmöglich sein wird, dass man irgendwann das Ziel erreicht. Aber gerade das sagen dann manche, wenn sie meinen, es sei unmöglich, das Gesetz zu halten. Gott ist in der Lage dazu, dich unsträflich hinzustellen in Jesus Christus. Und er schreibt seine Worte, sein Gesetz in dein Herz. Das Beispiel dafür sehen wir ganz deutlich auch bei Josef. Sein Charakter ist ein Vorbild für uns. Und es gibt mir Hoffnung. Es gibt mir große Hoffnung, dass Gott auch in meinem Leben und in deinem Leben dazu in der Lage ist. Wenn wir in die Offenbarung zurückgehen, sehen wir im Kapitel 14 folgende Aussage. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Sie hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und in Vers 12 wird über diese Gläubigen etwas ausgesagt. Es heißt, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Auf welcher Seite wirst du stehen? Wirst du mit Josef gemeinsam und mit vielen anderen Beispielen wie Daniel und seinen drei Freunden grundsatztreu sein und zu dem Herrn stehen? Ganz egal, zu welchem Stamm du gehörst, in Jesus Christus ist der Sieg da. Und diese Beispiele sind dir und mir gegeben, damit wir Hoffnung haben. Denn die Offenbarung sagt, dass diese Menschen, die dort versiegelt werden, gelernt haben, in der Versuchung auf Jesus zu schauen. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Und das Wort ihres Zeugnisses ist es. Jesus Christus möchte auch dir diese Kraft geben. Er möchte in dir leben. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte sein Gebot und seine Worte in dein Herz hineinpflanzen. Und aus dieser Liebe heraus kann er es möglich machen, dass du treu bist, so wie Josef. Gott möchte auch zu dir heute sprechen und möchte dir sagen, gib nicht auf. Ganz gleich, wie deine Umstände sein mögen. Ganz gleich, wie das Umfeld ist, in dem auch Josef lebte. Ganz gleich, welche Geschichten du in der Vergangenheit erlebt hast. Gib nicht auf. Da ist Hoffnung. Jesus Christus kann dir diese Kraft schenken. Und er kann dich festmachen, in dieser Entscheidung zu ihm zu stehen. Möchtest auch du diese Entscheidung treffen, treu zu sein zu dem Herrn? Möchtest auch du diese Entscheidung treffen, so wie Josef, jetzt die Entscheidung zu treffen für den Tag, wenn dann die Herausforderung kommt? Ich möchte dich einladen. Hör auf die Stimme Gottes, jetzt in diesem Moment. Und wenn du vielleicht nachdenkst, Herr, ich glaube, du sprichst mich an, dann nimm dir doch jetzt Zeit, da wo du bist, um ein kurzes Gebet zu sprechen und zu sagen, Herr, gib mir du diese Kraft und diese Treue, so wie Josef, Ja zu sagen zu dir und Nein zu der Versuchung, so dass du mich heute prägst für die Zeit, die dann kommen wird.